Ein neuer Tag kündigt sich auf der Kampenwand an. Der längste im Jahr. Es ist Sonnwend. Die alten Gondeln schaufeln immer mehr Besucher nach oben und jeder versucht, sich hier ein gutes Plätzchen zu sichern. Alphornbläser untermalen mit ihrer Musik das Geschehen und sorgen für reichlich Gänsehaut. Alphornbläser Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020